Nur noch wenige Tage und es ist vorbei. Dein Ziel wirst du sehen, ob du es erreicht hast. Das kannst du jetzt schon sehen. Wenn du dein Ziel schon siehst, du läufst Marathon und siehst das Ziel vor dir, was machst du? Automatisch. Du wirst mit jeder Kraft, die du hast, laufen. Als ob es um dein Leben ginge. Und das sollst du jetzt tun. Ramadan ist bald vorbei. Und das Ziel ist vor dir. Und du weißt von dir selbst, du hast früher, bist du langsam gegangen, warst nachlässig, bist nicht immer gekommen, hast dich immer jedes mitgebeten. Koran hast du auch liegen lassen. Aber jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Es geht um das Paradies. Es geht um die Vergebung. Du hast in diesen Tagen die Chance, alles, was du verpasst hast, nachzuholen. Das, was du verpasst hast, was du liegen gelassen hast, wo du zu faul warst, kannst du in diesen Tagen aufholen. Mit diesem Spring, den du jetzt einlegst, kannst du die höchsten Stufen des Paradieses erreichen. So barmherzig ist Allah.